Ah, ich hab definitiv zu wenig Jesus geholt, ne? Akira, dankeschön für die 100 Bits. Dankeschön. Mama kann ja mal gucken. Bist du in deinem Sterben ums Leben gekommen? Ja. Ist halt nicht normal, ne? Ja, ich glaube ganz fest dran. Vielleicht auch nicht. Ne, warte mal. Wir gehen mal zuerst da hinten hin. Zu dem Auto-Dingsbums. Mir hat ein Jesus gefehlt, den ich nicht angetatscht habe. Oh, ein Jesus. Ich hab jetzt schon drei übersehen. Hab ich meinen Namen mit George gefunden. Ich hasse solche Spiele und meine paranormalen Dingen. Aber ich muss sagen, ich liebe ja Scabro Faire. Also die Melodie ist wunderschön. Oh, sorry. Ah, naja. Oh, so ein Scheiß. Ja, ich werd definitiv ja auch nochmal spielen und, ähm... Und alle Schiefen entzuholen. Das mach ich ja immer. Da bin ich auch schon sehr gespannt, äh, wo ich was übersehen habe. Okay. Es sieht alles so schön aus, ne? Okay, ich hab nichts zum Rauflegen anscheinend. Hier vermutlich auch nicht. Ne. Gehen wir erst mal weiter. Ich brauche anscheinend drei Dinge für drei Altare. Ja, die Grafik ist mega, ne? Oh, Mietze Katzen! Mietze Katzen! Mietze Katzen! Mietze Katze! Mietze Katze! Was? Mietze! Mietze, Mietze, Mietze! Mietze, Mietze, Mietze! Mietze, 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 Mietze! Äh, äh... Und jetzt hier ist mein Secret. Ein sehr einfaches Secret. Es ist nur mit dem Hör, das man richtig sieht kann. Es ist essentiell, es ist invisibel zu dem Eindruck. Ja. Sehe ich genauso. Ist ein sehr haariger Jesus. Ist ja einfach Feuer. Okay. Aber sonst, Alter, ist es so schön, ne? Boah, Alter, I mean, look. Was ist diese Grafik, Alter? Der Friseurbesuch von dem Jesus war long hair. Äh, äh, äh. Okay. Gehen wir weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob wir ohne den Jesus ein schlechtes Ende kriegen. Also, das wäre jetzt auch eher nur geraten gewesen. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht verübeln, mein Freund. Heb mal bitte nicht so ab. Wie auf Knopfdruck, wird er größer? Äh, 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 was? Was? Der wird gleich noch größer. Das reicht noch nicht. Jetzt müssen wir erst da hin. Hinter den Wasserfall? Würde ich ja fast schon vermuten, hinter den Wasserfall. Hi, Angel. Ich kann, nehmim Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Übersehe ich irgendwas? Ja, also Entschuldigung, aber wer würde denn auf die Idee kommen, hier hochzulaufen? Also Entschuldigung! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ja, naja, lässt sich drüber streiten Ja, also ganz ehrlich, wer kommt denn auf die Idee, hier hochzukraxeln? Ja, also Entschuldigung! Mortals cannot see his splendor and live Is this the countenance of your glory? Ein Panda? Achso, nee, das ist ein Totenkopf, okay Ein Panda! David hat mich in seine Welt gebracht, um einen Blick seines Meisters zu erhaschen Ich brauchte diesen Moment, um mich wieder zu fangen Seit dem Schmerz des Exorzismus Seit, äh, seitdem der Schmerz vom Exorzismus zu groß zum Bewältigen war Okay, I'm back, bitches With love from Abraham Es ist verrückt, was passiert, Alexander We must stop Accept that no matter how much we try You will never be able to get pregnant You're infertile I'm sorry But maybe that's God's will Do not despair Whenever you need my help Write to me I will send you money You need time to heal your soul We both need time Today we stop wounding each other We will stop sending records again Goodbye, Alexandra God have mercy on our souls Okay M1 M2 M3 M4 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 Er hat den Taubanzugan, wo hat er bitte das Buch und die Schilder versteckt. Wo sonst? Ich wollte gerade sagen, jetzt ist Ruhe. Oh nein, ich habe doch gar keine Tasten gedrückt. Du Arsch, ich wollte lesen, was da steht. Okay, dann wollen wir mal, ne? Danke schön! Ein Popperz, genau. Okay. Ach, ach Heilige. Äh, die Frage ist halt, auf welcher Seite. Das ist ein wachhunderem Leben. Es war mein Haus für hundert Jahre. Das hat auch irgendwie was damit zu tun. Die Frage ist halt nur, vermutlich, von hier aus, ne? Dann haben wir das untere schon richtig. Oh. Okay. Ah! Ich muss sagen, der Soundtrack ist extrem schön. Das ging fix. Hey, Holy! Ne, wir gehen mal zuerst hier hin. David, did you steal this cross? Äh. Mercury? Why keep it in such a precious container? Halt! Nein! Gib mir! Das Elixier des Lebens. Punkt 1. Zünde alle Kerzen an. Punkt 2. Platziere das Kreuz über allen Dingen. Nummer 3. Merkur, äh, Sulfur und Äther. Viertens. Eine rote Rose. Fünftens. Mount Athos, Heiliges Kreuz. Nummer 6. Die Seite vom St. John Chrysostoms Book. Okay. This must be the page from St. John Chrysostom's book. Let's see what it says. Toll! Dankeschön! Kacke Spiel! Äh. Äh. Ja? Ja. Wait. Da? Okay. Nee, das noch nicht. Okay. Nee, das wäre auch eher hier. Eher da. Oh, wait. Oh, das hat gut funktioniert. Das hat schon gut funktioniert. Da. Da. Halt. Ja, doch. Das ist auch okay. Dann kann ich das da ran machen. Da ran machen. Und da. Ähm. Ähm. Okay, das war auch richtig. Das war auch richtig. Gut. Dann haben wir hier jetzt die zwei geteilten Seiten. Perfekt. Äh. Das ist hier. Das ist da. Das ist in der Mitte. Äh. Und das auch. Ach da. Der Alt. Da fehlt noch was. Gut. Ich hätte es mir jetzt noch durchlesen können. Aber das war sehr schlecht zu lesen. Wollte ich nur mal so sagen. Ich hätte es mir jetzt noch mal so sagen. Ich hätte es mir jetzt noch mal so sagen. Ich hätte es mir jetzt noch mal so sagen. Ich hätte es mir jetzt noch mal so sagen. Ich hätte es mir jetzt noch mal so sagen. Bis zum nächsten Mal.